Ja, aber die ist noch irgendwo, die habe ich vor allem gesehen. Also bei euch war alles schon voll. Da ist... nicht durch das Spinnennetz. Nicht durch das Spinnennetz, Mann. Durch das Spinnennetz. Okay, sie... Sie chillt. Nein, nein, sie rennt rauf zu euch. Oh fuck, rennt weg! Ich renne da mal runter, damit sie kommt. Oh fuck. Schöss, ich häng fest, ich bin tot! Oh shit, ich bin... Okay, okay. Oh fuck, wir haben den Peter geöffnet.